Sie nehmen nichts? Nick, es ist viertel nach acht morgens. Ich bin kein Alkoholiker. Ich hab nur einen genommen, weil ich dachte, Sie trinken auch einen. Sie haben einen genommen, weil Sie dachten, ich nehm auch einen? Ich wollte nur höflich sein. Und wenn ich spontan meine Eier in Honig und Kokosraspeln wälze, dann würden Sie das auch tun? Würde ich nicht. Sicher? Kokosraspeln hätte ich. Letzten Monat haben Sie mich so hart arbeiten lassen, ich konnte mich nicht mal von meiner Hamham verabschieden. Sie ist gestorben, bevor ich im Krankenhaus war. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie Ihre Großmutter haben. Tut mir leid. Wirklich, ganz ehrlich, tut mir wirklich. Dass alles und einiges leichter wäre, wenn unsere Bosse nicht mehr im Leben wären. Ich weiß, Sie haben sich den Arsch aufgerissen, um befördert zu werden, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen vertrauen kann. Sie können mir vertrauen. Sie reden schon wie meine Frau. Ich mach nichts hinter deinem Rücken. Du kannst mir vertrauen. Und aber vögelst Sie jeden Typen in der Nachbarschaft. Kill the Boss. Sie gehören mir. Sie sind meine Marionette. Danke. Nur im Kino.